Das israelische Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen für die Explosion an einem Krankenhaus verantwortlich ist. In dem veröffentlichten Video-Zusammenschnitt sind Luftaufnahmen des Krankenhauses und eines Parkplatzes vor und nach dem Vorfall zu sehen. Das israelische Militär argumentiert, es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Ein weiteres Video soll zeigen, dass kurz vor dem Vorfall Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert wurden. Man habe außerdem ein Gespräch zwischen Hamas-Terroristen abgehört, in dem über die Fehlfunktion einer Rakete gesprochen wurde. Und US-Präsident Joe Biden, der ist heute in Israel eingetroffen zu einem Besuch und hat sich dort auch bereits vor der Presse geäußert zu der Explosion an einem Krankenhaus. Hören wir uns das an. Ich bin zutiefst traurig und empört über die gestrige Explosion in einem Krankenhaus in Gaza. Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von ihnen. Aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich nicht sicher sind. Und wir wollen das einordnen, zusammen mit General AD Reinhard Wolski, der mir jetzt zugeschaltet ist. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie können uns hören. Ich versuche es noch einmal. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, General AD Reinhard Wolski. Ich kann Sie perfekt hören. Prima. Jetzt können wir Sie auch sehen, Herr Wolski. Und gesehen haben Sie ganz sicherlich auch die Aufnahmen, die das israelische Militär veröffentlicht hat. Die zeigen das Krankenhaus und auch den Parkplatz vor und nach dem Vorfall. Was lässt sich wirklich rauslesen aus diesen Bildern für Sie als Militärexperten? Gut. Das Erste ist, dass die Hassam-Rakete, die ja von der Hamas eingesetzt wird, natürlich über ein relativ simples Steuerungssystem verfügt. Und deshalb natürlich auch zu Fehlfunktionen kommen kann. Allein statistisch bei der Anzahl der Raketen, die abgefeuert wurden, könnte es durchaus sein, dass diese Rakete dort eingeschlagen ist. Ich glaube das aber nicht. Ich denke schon, dass hier im Zuge einer strategischen Kommunikation möglicherweise eine Explosion herbeigeführt wurde. Mit Sicherheit nicht von Israel. Israel ist als Urheber dieses Vorfalls völlig auszuschließen. Es ist hier entweder eine absichtliche Abfolgerung oder eine Abfolgerung aus Versehen erfolgt seitens der Hamas, die diese Sache jetzt in der strategischen Kommunikation, die sich ja über ihre verbrecherischen Tätigkeiten über Tage jetzt ausübt, auch ausgenutzt wird. Israel argumentiert ja auch, dass man auf den Bildern keinen Krater sehen würde und der würde typischerweise entstehen bei einem israelischen Raketenangriff. Ist es tatsächlich so ganz ungeachtet dessen, was getroffen würde, welcher Untergrund bei einem israelischen Angriff an anderen Orten stattfindet, dass es immer quasi ein relativ vergleichbares Bild zurückbleibt? Naja, es gibt natürlich Raketen, die oberhalb des Erdbodens explodieren. Das ist auch gewollt und die nicht einschlagen und einen Krater hinterlassen, sondern die eben halt oberhalb des Bodens explodieren. Also auch das wäre möglich. Wir sind dort eigentlich in unseren Erkenntnissen noch nicht so weit, dass wir die Attributierung, wie es ja so heißt, dann machen können. Aber es kann durchaus sein, dass eine Rakete explodiert oder dass ein Krater entsteht. Sie haben vorhin gesagt, die Explosion, es deutet darauf hin, dass die gezielt herbeigeführt wurde. Eine Explosion, kein Raketeneinschlag. Lässt sich das im Nachhinein nachweisen? Das lässt sich irgendwann nachweisen. Ich denke auch, dass es aber möglicherweise Wochen oder Jahre braucht, bis man sowas nachweist. Wir haben festgestellt, dass wir insbesondere in unseren Afghanistan-Vorfällen, wo wir erhebliche Anschläge hatten, immer innerhalb von Monaten, manchmal nach Jahren attributieren konnten, wer letztendlich schuld war an diesen Anschlägen. Das braucht eine unheimliche Zeit, diese Spuren zu sichern, sie auszuwerten. Deutschland ist da übrigens sehr, sehr gut. Wir haben Dienststellen, die sowas richtig können, aber es braucht seine Zeit. Der britische Geheimdienst beispielsweise, Herr Wolzke, hat auch bereits angekündigt, den Vorfall untersuchen zu wollen. Das klingt erstmal weit weg, der britische Geheimdienst, aber inwieweit können eben auch ausländische Geheimdienste da bei der Aufklärung eine Rolle spielen? Sie können eine erhebliche Rolle spielen. Ich denke auch, dass die Briten da sehr gut sind, weil sie letztendlich aufgrund ihrer Historie dort umspannend durchaus Erkenntnisse herbeiführen können und auch ihre Quellen haben. Ich glaube, dass genau diese Untersuchung sehr wichtig ist und dass die britischen Geheimdienste das machen, beruhigt mich eigentlich, denn die sind richtig gut. Und wenn wir das Ganze militär strategisch betrachten, für wen ist diese Aufklärung dann so wichtig? Primär auch für die Partner Israels, weil die Gegenseite ohnehin nichts darauf geben würde, was bei diesen Untersuchungen und Ermittlungen herauskommt? Die Attributierung wird spät kommen. Also die endgültige historische Attributierung wird wahrscheinlich zu spät kommen für diesen Konflikt. Zurzeit denke ich, dass wir innerhalb der strategischen Kommunikation, glaube ich, pro Israel wandern werden. Man wird mit Sicherheit sehen, im Voraus, dass Israel für diese Geschichte nicht verantwortlich ist und das auch nie vorgehabt hat. Sagt Reinhard Wolski. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Tschüss. Und damit der Blick nach Israel, nach Aschdott, zu Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Paul, wir haben jetzt Beweise gesehen, die Israel vorgelegt hat, um zu zeigen, es ist keine ihrer Raketen gewesen. Die Hamas besteht noch immer auf eine andere Geschichte. Was bedeutet das für die Aufklärung? Wird es möglich sein, das unabhängig noch einmal zu bewerten, wie auch der Bundeskanzler es fordert? Also eines muss man zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, Nele. Während aus Israel Beweise kommen, aus dem Geheimdienst, aus dem Militär, die wir natürlich nicht unabhängig prüfen können, aber sie legen Dinge vor, haben wir weder von den Hamas-Terroristen Neues gehört, beziehungsweise auch nicht vom Palästinenser-Präsidenten, der sich ja gestern auch sehr eindeutig geäußert hatte. Die bleiben bei der Version, die schon Minuten nach dem Raketeneinschlag draußen war, dass es ein israelischer Angriff gewesen sei, aber haben keine weiteren Belege vorgelegt. Gleichzeitig empfinde ich die Äußerung von US-Präsident Joe Biden als sehr deutlich. Ein US-Präsident sagt so etwas nicht einfach so. Das heißt, sehr wahrscheinlich hat Joe Biden auch Erkenntnisse der US-Dienste, die ihm vorliegen. Denn ansonsten würde er sich zu einem jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht nicht so klar äußern. Was bedeutet das Ganze? Kann es eine unabhängige Untersuchung geben? Ich glaube nicht, denn wir müssen uns immer wieder verdeutlichen, da regiert der Terror. Da sind Hamas-Terroristen und die haben kein Interesse an einer unabhängigen Untersuchung. Insbesondere da nicht, wenn es tatsächlich so sein könnte, wie es aus Israel heißt, dass es eben eine fehlgeleitete eigene Rakete gewesen ist. Paul, und wir haben auch schon Reaktionen erhalten von Palästinensern, auch zum Beispiel im Westjordanland. Und die haben jetzt auch aufgerufen zu einem Tag des Zornes gegen Israel. Werden denn Vergeltungsaktionen erwartet? Wir müssen in so einer jetzigen Lage mit allem rechnen. Umso schlimmer, umso dramatischer ist es, dass sich viel zu viele Medien gestern Abend auf alleinige Angaben von Hamas-Terroristen gestützt haben. Insbesondere arabische Medien, insbesondere in den sozialen Medien. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, ja, man muss sagen, der Mob auf den Straßen so fühlt, wie sie fühlen. Wir haben das in Deutschland gesehen. Wir sehen das jetzt weltweit. Und es scheint so, dass es offenbar gar nicht mehr wichtig ist, wie die Fakten sind, wie die Wahrheit ist. Sondern es geht darum, gegen Israel zu demonstrieren. Und es scheint so ein bisschen, als hätten da zumindest einige nur darauf gewartet, dass man so eine Nachricht in diese Richtung streut. Beziehungsweise sagt, es sei schon eindeutig, wo es eben noch nicht eindeutig ist. Noch einmal, wir können das nicht unabhängig recherchieren. Wir kommen nicht nach Gaza rein. Wir können nur bewerten, was momentan von israelischer Seite gesagt wird, vom Geheimdienst, vom Verteidigungsministerium, auch von US-Seite. Deutsche Geheimdienste oder weitere Erkenntnisse, Militär, liegen bislang nicht vor. Beziehungsweise sie haben sich nicht dazu geäußert. Das sind die Fakten, die wir bewerten können momentan. Paul Ronzheimer, danke dir für diese Einordnung. Und zugeschaltet ist uns jetzt Arieh Shalikar, der Sprecher der israelischen Armee. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Shalom. Es ist auch ein Propagandakrieg, ein Krieg um die Wahrheit. Welche Informationen, welche weiteren Informationen haben Sie zu dieser Explosion am Krankenhaus? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es in der derartigen Situation, in der wir uns hier im Nahen Osten befinden, einfach unverzeihlich und unverantwortlich ist, dass bestimmte Medien, teilweise sogar seriöse Medien, einfach mal so, ich sage jetzt mal, die Linie von einer Terrororganisation übernehmen und genau das sagen, was sie von ihnen zugespielt bekommt. Und das ist dieselbe Terrororganisation, die vor zwölf Tagen dieses Massaker an Menschen angerichtet hat. Also das ist wirklich sehr, sehr unprofessionell. Und ich bitte auch in diesen Zeiten alle Medien und alle Journalisten, bitte vorsichtig umzugehen mit den Daten, mit den Statistiken, mit den Zahlen, die die Hamas herausgibt. Und bevor da irgendetwas gebracht wird, bitte nochmal zu überprüfen, Doublecheck zu machen mit uns, mit mir, mit der israelischen Armee, um da sicher zu gehen, dass man nicht den radikal-islamistischen Gruppierungen und radikalen Islamisten überall auf der Welt in die Hände spielt, wie wir jetzt gerade sehen, was der Fall ist. Zum Zweiten, zu diesem Vorfall haben wir natürlich sofort verstanden, welche verheerenden Folgen ein derartiger Beschuss von Seiten Israels bedeuten würde, haben deshalb die gesamte israelische Armee auf den Kopf gestellt, alle Untersuchungen direkt in die Wege geleitet und in kürzester Zeit herausgefunden, dass dieser Angriff auf das Krankenhaus bzw. neben dem Krankenhaus nicht von uns verursacht wurde. Und die harten Fakten, die wir natürlich haben, sind zum einen Drohnenaufnahmen, die wir veröffentlicht haben und dann die Medien geschickt haben. Zum Zweiten ein abgefangenes Gespräch zwischen zwei Hamas-Terroristen, die sich über diesen Vorfall um 6.59 Uhr unterhalten und sagen, dass das der islamische Dschihad war, die eine fehlgezündete Rakete auf das Krankenhaus geschossen haben. Und zum Dritten natürlich gibt es sogar Material, was ich auf meinen sozialen Medien veröffentlicht habe, gestern Abend schon von Al Jazeera unter anderem. Und man kann nicht sagen, dass Al Jazeera irgendwie israelfreundlich unterwegs ist, wo man sieht eine Live-Schalte und hinter dieser Live-Schalte aus dem Gazastreifen, wie Raketen abgefeuert werden und eine davon kurz landet mit voller Wucht im Gazastreifen. Jetzt ist die Überlegung, wie geht es aber weiter? Sie haben die Reaktion gesehen nur auf die Propaganda, auf die Vermutung, dass Israel das Krankenhaus getroffen hat. Wird das das Vorgehen der IDF nun trotzdem auch beeinflussen? Bedeutet das auch ein Umdenken vielleicht bei einer Bodenoffensive? Nein, absolut nicht, weil wir einen mehrstufigen Plan aufgestellt haben und wir sind entschiebig. Wir haben uns entschieden, diesen Plan durchzuziehen bis zum Ende, um die Hamas zu vernichten. Egal, welche Propaganda sie noch ausrollen werden in den nächsten Tagen und Wochen und wir sehen, sie machen tagtäglich derartige Falschmeldungen. Einerseits natürlich wie gestern mit dem Krankenhaus, um das Narrativ zu drehen, um der Welt ein falsches Bild dieser Situation zu geben. Und andererseits natürlich auch mit Videomaterial von entführten Israelis, wie wir gesehen haben vorgestern, wird wahrscheinlich auch jetzt jeden Tag kommen, um Israel und die Weltcommunity unter Druck zu setzen und auch israelisches Militär unter Druck zu setzen. Wir werden uns von Terroristen weder unter Druck setzen lassen, noch werden wir uns von ihnen sagen lassen, unter welchen Bedingungen wir einerseits natürlich unsere israelischen Staatsbürgern und Staatsbürgern wieder zurück in Israel sehen werden. Und andererseits natürlich die Terroristen, die passiv und aktiv an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt waren, wie wir dagegen vorgehen werden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sagt Arie Schalikar, ganz herzlichen Dank für diese ganz aktuellen Informationen zu den israelischen Streitkräften. Danke. Und nun nochmal zurück nach Israel. Wir blicken auf die Reise des US-Präsidenten Joe Biden. Wir haben ihn ja gerade schon im O-Ton gehört. Ursprünglich war geplant, dass Biden noch heute weiter nach Jordanien reist. Dort wollte er zusammenkommen mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas, Ägyptens Staatschef Al-Sisi und dem jordanischen König. Nach der Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen wurde dieses Treffen jedoch seitens der arabischen Welt kurzfristig abgesagt. Michael Willenweber zugeschaltet aus Washington. Michael Joe Biden in Israel. Und natürlich gibt es auch große Hoffnungen, die auf ihm lasten. Aber was kann er tatsächlich dort erreichen? Das ist natürlich die Frage, die man sich hier in den USA ebenfalls stellt. Jetzt kommt am Ende Joe Biden vielleicht mit leeren Händen zurück nach Washington. Die Absage des Besuches in Jordanien, das Treffen mit Assisi, mit dem jordanischen König und dem Präsidenten der Palästinenser im Westjordanland. Das ist natürlich ein herber Schlag zuerst mal ins Kontor. Jetzt also nur dieses Treffen mit Netanjahu. Und was wir halt wissen ist, dass der Präsident auch sehr harte Fragen stellen wird an Netanjahu. Also es ist nicht nur dieses Signal an alle Anrainerstaaten, die womöglich jetzt mit dem Gedanken spielen, also Iran eine zweite Front zu eröffnen über die Hezbollah im Norden von Israel. Sondern es ist auch ganz klar eine fordernde Visite an Netanjahu, an Israel. Und da geht es ganz konkret, dass man humanitäre Hilfe leistet, dass Zugänge geschaffen werden, dass Safe Zunes sozusagen geschaffen werden im Gazastreifen. Und dass die Mahnung, die wird sicherlich der Präsident ebenfalls mit in der Tasche haben an Netanjahu, also das immer im Blicke zu haben. Das wurde hier im Weißen Haus vor dem Besuch auf dem Flug hin nach Israel noch einmal unterstrichen, dass es diese harten Fragen geben wird. Also es ist nicht nur eine Solidaritätsadresse. Und das Ergebnis, was eigentlich Biden, glaube ich, im Sinne hatte, mit nach Hause nehmen zu können, ist, dass da Rafa geöffnet wird, der Grenzübergang. Zumindest für Ausländer, zumindest vielleicht dann auch für Verwundete. Und das wird natürlich jetzt tatsächlich alles sehr, sehr schwierig unter diesen Bedingungen, die jetzt gegeben sind. Michael, danke schön. Und uns hat noch eine Einmeldung erreicht. Wir wissen ja bereits, es gibt acht deutsche Geiseln bei der Hamas und bei den Terrorangriffen der islamistischen Hamas auf Israel sind nach Angaben der Bundesregierung auch Deutsche ums Leben gekommen. Die Regierung gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehörige aus. Das teilte das Auswärtige Amt jetzt mit. Und hier in Berlin kam es zu weiteren Ausschreitungen auf den Straßen der Hauptstadt vor dem Brandenburger Tor. Und später dann auch in Neukölln sind Hamas und pro-palästinensische Gruppen auf die Straßen gegangen. Barrikaden brannten. Polizisten wurden mit Steinen und Böllern angegriffen. Die Beamten mussten dann unter anderem sogar Wasserwehrverein setzen. 20 Polizisten wurden bei diesem Einsatz verletzt. Erst am frühen Morgen entspannte sich die Lage. Fahne Michael ist mit einem Überblick. Die Polizei wird angegriffen. Mit Böllern, Flaschen und Steinen. Hier in Berlin und Köln brennen am Abend selbsterrichtete Barrikaden. Die Polizei ist mit Wasserwerfern vor Ort. Die Lage scheint dennoch lange nicht unter Kontrolle. Feuer auf die Palästina! Zuvor hatten sich hunderte Menschen zu einer spontan pro-palästinensischen Kundgebung vor dem Brandenburger Tor versammelt. Die Stimmung auch hier angespannt. Alle Sicherheitsmaßnahmen seien hochgefahren, versichert Berlins Innen-Senatorin. Die Gefahr vor islamistischen Anschlägen ist da aber noch nicht konkret. Also wir haben zurzeit keinerlei Erkenntnisse, dass in Deutschland, dass in Berlin solche Anschläge passieren. Aber wir beobachten natürlich die Situation, dass ich wirklich eine Gruppe eingerichtet habe, Nahost, die also täglich mir auch die Lage berichtet dazu gibt. Wir haben, wir stehen in engster Verbindung, jeden Tag auch mit dem Bundesministerium des Innern. Das Holocaust-Mahnmal, gestern Abend von einer Hundertschaft bewacht. Deutschlandweit werden jüdische Einrichtungen aus Angst vor Anschlägen abgesichert. Die Kundgebungen auf den Straßen reißen nicht ab, eskalieren meist. Anstifter sind radikale pro-Hamas-Organisationen wie Samidun. Über die sozialen Medien rufen sie gezielt zu Demonstrationen auf, Hetzen gegen Israel, gegen Juden. Bundesinnenministerin Faeser will die islamistische Szene nun noch stärker ans Visier nehmen. Und der Bundeskanzler hatte ein Verbot radikaler Vereine angeordnet. Das jedoch reiche laut Experten allein nicht aus. Viel wichtiger sei es, die Strippenzieher im Auge zu behalten. Die, die die Masse anstacheln, werden auch bei solchen Demos von der Polizei rausgezogen. Doch generell verhindern könne man solche Straßenaufstände bei einer wachsenden pro-palästinensischen Community nicht, sagt die Gewerkschaft der Polizei. Wir haben Versammlungsfreiheitsgesetze in unserer Stadt. Und sie können jetzt nicht alle Versammlungslagen untersagen, nur weil irgendeiner raufschreibt, ich möchte eine Kerze anzünden. Wir haben hochkochende Emotionen, wir haben viel im Social Media, was gerade passiert. Und klar ist auch, dass natürlich mit fortlaufender Entwicklung in der Ost, in Israel es auch dazu führen wird, dass sicherlich die Einsatzlagen in Berlin auch zunehmen. Das Bekenntnis, Antisemitismus zu bekämpfen, darf sich nicht nur in Worten erschöpfen, fordert die Polizeigewerkschaft. Vor allem, weil für heute weitere Proteste unter anderem in Berlin geplant sind. Die mit Israel verfeindete pro-iranische Milizis Boller rief außerdem zu einem Tag des beispiellosen Zorns gegen Israel auf. Auf die jüdische Gemeinde Kahal Adas Yisroel in Berlin ist in der Nacht offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Nach Angaben der Gemeinde wurde das Gebäude, in dem sich unter anderem eine Talmud-Thoraschule und eine Synagoge befinden, von Unbekannten mit zwei Molotow-Cocktails beworfen. Die Polizei konnte vor dem Gemeindezentrum Spuren sichern. Die Gemeinde postete ein Foto und Videos vom Tatort. Demnach wurde ein Mann, der am Morgen antisemitische Parolen skandierte, festgenommen. Das Gebäude in der Berliner Brunnenstraße sei nicht in Brand geraten, da die Brandsätze nur bis auf den Bürgersteig geflogen und dort dann erloschen seien. Und vor Ort nun unsere Kollegin Svenne-Sophie Homburg. Svenne, sag uns, was ist das für eine Einrichtung und wie kommt man voran mit den Ermittlungen zu diesem Brandanschlag? Das ist ein jüdisches Gemeindezentrum, vor dem ich hier stehe. Darin befinden sich unter anderem eine Synagoge und auch eine Schule. Und ich habe eben mit der Geschäftsführerin der Gemeinde gesprochen. Sie hat von einer neuen Realität gesprochen, die sie vor einer Woche noch nicht für möglich gehalten haben. Sie haben Angst, auf die Straße zu gehen. Sie wollen sich nicht mehr kenntlich zeigen, was eben auch vor einer Woche noch nicht denkbar gewesen wäre. Zum Brandanschlag an sich haben sie selbst auch noch keine neuen Informationen, außer eben das, was wir auch wissen bisher. Gegen drei Uhr nachts haben hier Unbekannte zwei Molotow-Cocktails in Richtung des Gemeindezentrums geworfen. Er ist allerdings verfehlt und die Molotow-Cocktails, die brennenden Molotow-Cocktails sind auf dem Bürgersteig vor dem Gemeindezentrum gelandet und hier dann auch erloschen. Der Mann, der am Morgen hier festgenommen wurde, da ist noch nicht klar, inwiefern oder ob er überhaupt mit dem Brandanschlag in Zusammenhang steht. Es wurde auch noch in anderen Berichten von einem anderen Mann gesprochen, der hier auf einem E-Roller direkt vor das Gemeindezentrum auch noch am Morgen gefahren ist. Der hatte wohl ein Palästinenser-Tuch umgebunden und wollte was aus dem Rucksack ziehen. Die Polizei konnte ihn wohl aber rechtzeitig festnehmen. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Svenne, danke schön für diesen Überblick. Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel und dem Terrorangriff der Hamas in Israel gab es gestern vor den EM-Qualifikationsspielen Schweigeminuten. Vor allen Partien wurde laut UEFA an diejenigen gedacht, die Mitglieder der europäischen Fußballfamilie sind und die in den vergangenen Tagen Europa und Israel getötet wurden. Am Montag war die Partie zwischen Belgien und Schweden in der Halbzeit abgebrochen worden. Mehr zuvor waren zwei schwedische Fans durch Schüsse in Brüssel ums Leben gekommen. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat hat den tödlichen Anschlag für sich reklamiert, weil, so die Begründung der Terrororganisation, Schweden Mitglied einer globalen Koalition zur Bekämpfung von Dschihadisten sei. Unser Reporter Daniel Koop ist in Brüssel und beobachtet den Fortgang der Ermittlungen. Die Menschen hier in Belgien sind weiterhin fassungslos, was für eine schreckliche Tat sich hier ereignet hat. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt Wut in der Bevölkerung, dass die Sicherheitsbehörden die ganze Situation scheinbar falsch eingeschätzt haben. Wir haben einen Justizminister gestern gesehen bei einer Pressekonferenz, extrem zähneknirschen, der genau auch das bestätigt hat. Ich habe mir die Strafakte von Abdes Salam El mal genauer angeschaut und was man dort lesen kann, sind definitiv keine Kavaliersdelikte. Also da wird darüber gesprochen. Menschenhandel, illegaler Aufenthalt, Gefährdung der Staatssicherheit. Und besonders interessant, bereits im Jahr 2016 gab es Hinweise von einem ausländischen Geheimdienst, der über die Radikalisierung von Abdes Salam El gesprochen hat. Trotzdem hat man seitens der belgischen Sicherheitsbehörden nicht reagiert. Es gibt eine Diskussion hier in diesem Land, genauso wie bei uns in Deutschland, wie es sein kann, dass Menschen wie Abdes Salam vom Radar der Behörden verschwinden und nicht konsequent abgeschoben werden. Und damit blicken wir auf einen weiteren Krieg. Die Ukraine hat erstmals nun amerikanische Attack-Ams-Raketen gegen Russland eingesetzt. Präsident Zelenskyy dankte den USA für die Unterstützung und betonte, die getroffenen Vereinbarungen würden eingehalten. Bei diesem Waffensystem gibt es die Sorge, dass auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Genutzt wurden die Raketen bei Angriffen auf zwei von den russischen Besatzern betriebenen Flughäfen im Osten der Ukraine. Offenbar hat es massive Schäden gegeben. Russland droht den USA mit Konsequenzen. Die Folgen werden sehr ernst sein, das sagte der russische Botschafter in Washington. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich ab heute vor dem Landgericht in Wien verantworten. Der 37-Jährige ist wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments gelogen. So soll der Ex-Regierungschef deutlich mehr Einfluss auf die Berufung seines vertrauten Thomas Schmid zum Chef der Staatsholding ÖBAG gehabt haben, als er vor dem Ausschuss zugegeben hat. Kurz bestreitet die Vorwürfe vehement. Untertitelung des ZDF für funk, 2017